Gude! Ich bin's der Uli, euer Gewerkschaftsfuzzi. Also, wir haben jetzt Beidachten. Heiligabend. Und ich möchte mich bei euch mal heftigst bedanken. Bei euch, bei allen Feuerwehrleuten, gerade im Namen von der Betriebsgruppe Leidi-Feuerwehr, von der Landesfachgruppe Leidi-Feuerwehr, von der Bundesfachgruppe Leidi-Feuerwehr, aber auch bei den Krankenschwestern und Krankenpflegern, die Dienst tun. Bei den Altenpflegern und Altenschwestern und auch bei den Rettungsdienstern, weil ihr alle zusammen macht einen bären, bären Job für unser Land. Ihr seid eine Berufsgruppe, die schafft das alles weg. Oftmals in Überlast mit zu wenig Personal, manchmal sogar nachts allein im Nachtdienst, was gar nicht geht. Ihr kriegt zu wenig Wertschätzung, zu wenig Kohle und trotzdem macht ihr euren Job genial. Ihr habt einen riesen Job gemacht letztes Jahr. Und wir sind froh, dass wir euch haben, weil ihr für die Bürgerschaft da seid. Also, jetzt haben wir dann bald zwielte Jahren. Kommt gut über die Weihnachtsfeiertage mit wenig bösen Einsätzen. Habt warme Zeit in eurer Wachabteilung, mit eurer Belegschaft, dass ihr euch gut versteht. Und dann ist Silvester und nächstes Jahr, dann greifen wir nochmal an. Macht's gut. Ciao.